So, hallo und herzlich willkommen an Bord beim Successful Solopreneur System. Mein Name ist Charlize Stephens und ich bin dein virtueller Coach und deine Online-Trainerin für dieses Selbstlernprogramm. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und dass du dich für dieses Komplettsystem entschieden hast. Ich weiß in meinem Herzen, dass du davon höchstwahrscheinlich profitieren wirst. Das sei denn, du hast vollkommen falsch gegriffen und eingekauft aus einer Laune heraus. Wenn du wirklich auf der Learning Page dich angesprochen gefühlt hast, alles durchgelesen hast und gesagt hast, ja, das bin ich, dann bist du höchstwahrscheinlich hier richtig. Ich habe ein bisschen Schatten im Gesicht, ich werde hier das Licht ein bisschen überall verändern. Ja, und ich habe gedacht, weil dieses Selbstlernprogramm nicht live von mir begleitet wird, sondern nur virtuell, das heißt, Zeit versetzt und in deinem eigenen Tempo, in der Reihenfolge, in der du gehen möchtest, dass es vielleicht doch trotzdem hilfreich sein könnte, dir eine Tour zu geben von unserem Kursplattform, wie du einloggst, was ich dir empfehle hinsichtlich des Vorgehens, was würde ich als erstes, als zweites machen, was ist mein Vorschlag für das Tempo und so weiter. Und zum Ende des Videos werde ich ein paar Hinweise geben darauf, was sonst noch wichtig sein könnte. Aber bevor wir mit der Tour beginnen, möchte ich sagen, seitdem ich dieses System einsetze in meiner Coachingpraxis für meine 1 zu 1 Kunden, das heißt, sie arbeiten diese Module durch, zwischen unseren 1 zu 1 Coachings, habe ich wirklich einen riesen Sprung gemerkt in den Ergebnissen, die sie bekommen. Also es werden weit mehr neue Kundengewinnungen gemeldet, weit mehr Sicherheiten bei den Kennenlängersprächen, weit mehr Effektivität bei den Marketingmaßnahmen. Das heißt, auch dieses System hilft täglich, meine 1 zu 1 Kunden wirklich voranzukommen in ihrem Business, zu einem Business, das sie lieben und von dem sie gut leben können. Und das Gleiche wünsche ich mir vom Herzen für dich. Also lass uns einfach beginnen. Schau mal, ob ich das mit dem Screensharing jetzt hinbekomme, nämlich bei dem Desktop. Und ich wollte hier beginnen, nämlich das ist der Ort, wo du dich immer einloggen kannst, jedes Mal, wenn du in dieses System einloggen möchtest, beziehungsweise in dieses Programm einloggen möchtest. Und zwar die Adresse, wo du hingehst, ist the-point.online. Und wir sehen, dass das Ganze umgewandelt wird hier in diesem etwas kritischeren HTTPS Doppelpunkt-schrägstrick-scherliestephens.meikajabi.com. Das heißt, the-point.online wird hier hingeleitet. Das ist eine öffentlich zugängliche Seite für alle Menschen in der Öffentlichkeit. Das ist meine Storefront. Und du siehst hier, dass du auf Anhieb die verschiedenen Produkte sehen wirst, die angeboten werden. Da brauchst du gar nicht hinzugucken momentan, weil du hast das Komplettsystem. Du klickst stattdessen auf diesen Knopf Einloggen. Dort wirst du deine E-Mail-Adresse und dein Passwort eingeben, das du bei der Buchung auch erhalten hast. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, für den Fall, dass du dich früher angemeldet hast für ein kostenfreies Produkt, wie zum Beispiel das Elevator Pitch Training oder vielleicht hast du ein kleineres Teilprodukt gekauft, wie das Alleinstehende, das perfekte Kennenlänge-Gespräch. Du wirst die gleiche E-Mail-Adresse und das gleiche Passwort nutzen für das große Komplettsystem. Also, falls du auf dem Weg dein Passwort vergessen solltest, kein Problem, hier unterhalb von Einloggen siehst du Passwort vergessen, dann wirst du nach deiner E-Mail gefragt und dein Passwort wird zurückgesetzt und du bist darüber via E-Mail benachrichtigt. So, wir gehen davon aus allerdings, dass du noch deine E-Mail-Adresse und dein Passwort kennst und dass du dann, wenn du einloggst, hier reinkommst, nämlich in deine Bibliothek. Das ist der Bereich, wo du all die sechs Module dieses Hauptsystems vorfindest. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie ich sie vorgesehen habe, dass du die eins nach dem anderen abarbeitest. Es könnte sein, wie gesagt, dass du andere Dinge nachbezogen hast, wie hier zum Beispiel Elevator Pitch Training oder einzigartige Brillanz. Das war eine Aktion aus 2015. Und die wirst du unterhalb von dem Gesamtsystem sehen. Also alles, was du von mir in der Vergangenheit bezogen hast, was du jetzt gerade bezogen hast und was in Zukunft noch kommt, wird hier in deiner Bibliothek erscheinen. So, ich habe das System so aufgebaut, dass du über sechs ganze Monate in Ruhe, in einem gemütlichen Tempo, wenn man so will, vorangehen kannst. Denn ich beobachte immer wieder da draußen auf dem Markt, dass es gehäuft Online-Programme gibt, wo man in sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen versucht, etwas zu erreichen, was gar nicht realistisch ist, weil das Tempo einfach zu schnell ist. Und weil das Tempo zu schnell ist und weil die Informationen und Aufgaben zu viele sind, geben viele Menschen binnen einigen wenigen Wochen auf, bevor es überhaupt angefangen hat zu wirken. Ich möchte nicht, dass das dir passiert. Deswegen wäre mein Tipp an dieser Stelle, natürlich kannst du mich überstimmen, du bist ein erwachsener Mensch, aber mein Tipp wäre, geh einfach Baby-Schritt für Baby-Schritt voran. Keine Eile bei der ganzen Sache. Denn wichtig sind, dass Sachen, die angefangen werden, auch zu Ende gebracht werden, Schritt für Schritt für Schritt, anstatt viele verschiedene Baustellen gleichzeitig aufzuhaben. Wissenschaftliche Studien belegen, dass diejenigen Leute, die ständig am Multitasking sind, weit langsamer Frauen kommen, als diejenigen, die mit einer Aufgabe beginnen und zu Ende bringen, bevor sie die nächste Aufgabe beginnen. Und so ist dieses Online-Programm auch konzipiert. So, das heißt, sechs Monate, sechs Module. Du fängst mit Zielgruppen-Positionierung an. Das zweite Modul ist dann deine Pakete und Preise. Das wird im zweiten Monat durchgearbeitet. Im dritten Monat das perfekte Kennenleingespräch. Im vierten Monat das Geheimnis der Smart Website. Im fünften Monat dein Marketing-Krichter. Und im sechsten Monat Keep-in-Touch-Strategie. Okay, das wäre die Reihenfolge, die ich vorschlage. Und wir wollen jetzt reinzoomen auf ein Modul, sodass du sehen kannst, wie ein Monat aussieht. Und ich werde nicht mit Zielgruppen-Positionierung anfangen, weil das tatsächlich von all den sechs Modulen ein Ausnahmemodul ist. Wir kommen gleich darauf zurück. Klicke hier rein. Du kommst in das jeweilige Modul, in dem du auf Produkt ansehen klickst. Und hier wirst du mein freundliches Gesicht sehen und die Überschrift von dem jeweiligen Modul. Wenn du runter scrollst, wirst du sehen, dass es pro Monat vier Lektionen genau gibt. Und zwar die Idee ist, dass ein üblicher Monat vier Wochen hat. Das heißt, du hast pro Woche eine Lektion. Drei davon sind mit mir. Also ich halte in der Videoaufzeichnung eine sogenannte Online-Masterclass zu einem Thema. Und einmal in dem jeweiligen Monat wirst du von einem Experten beraten beziehungsweise einem Gastexperte präsentiert. Häufig ist es so, dass der Gastexperte über die Zusammenarbeit mit B2B-Kunden, also mit Firmenkunden oder Unternehmenskunden spricht. Denn ich weiß, dass viele von meinen Fans, Followern und Kunden nicht nur Privatzahler ansprechen, sondern einige sprechen auch Firmenkunden an. Und diese Einheiten sind für dich dort, wenn das auf dich zutrifft. Falls du keine Firmen mit deinen Angeboten ansprichst, würde ich dir trotzdem empfehlen, diese sehr wertvolle Masterclasses mit den Experten anzuschauen. Denn ich bin mir sicher, dass du auch darin was Wertvolles für dich mitnimmst. Jedenfalls ging es den meisten so auf den Weg, wo sie das erste Mal gehört haben. So, wir haben hier vier Lektionen, eine pro Woche. Und was du auch häufig sehen wirst, fast immer, ist der Bereich Bonusmaterial. Im Bereich Bonusmaterial packe ich Dinge hinzu, Fallbeispiel-Videos. Hier erzählt Tom von seinen neuen Paketen und Preisen und was das für eine Auswirkung auf seinem Geschäft hatte und auf seinen Umsatz. Oder hier, wie man seine Umsätze und Arbeitszeiten selbstbewusst voraussagen kann. Also das ist so eine Arbeitsunterlage von mir, was ich hier als Bonus anbiete. Das Bonusmaterial ist genau das. Es ist ein zusätzlicher Bonus, den du nutzen kannst oder den du ignorieren kannst. Vielleicht willst du auf dem Weg dich davon nicht ablenken lassen, sondern du kommst am Ende der sechs Monate zurück. Oder aber vielleicht gibt es einen Monat, wo es fünf Wochen anstatt vier Wochen gibt und du führst diese fünfte Woche mit dem Bonusmaterial beispielsweise. Wie du das nutzt, ist deine Kreativität überlassen. So, klicken wir hier rein in Lektion 1 von Pakete und Preise, nur als Beispiel. Und was du hier sehen kannst, ist, dass du sofort ein Video erhältst, das du anklicken kannst. Das wird dann natürlich losstarten, wenn ich draufklicke. Und zwar, die erste Lektion heißt in dem Fall Entdecke deine magische Zahl. Du wirst es nicht nur als Video zur Verfügung haben, sondern auch als Audiodatei. Das sieht man hier. Also, einige von uns sind sehr visuell geprägt. Wir wollen Videos ansehen und PowerPoint-Foldien und Menschen reden sehen. Und andere sind eher so Audio-Typen. Und wenn das auf dich so trifft und du möchtest das mitnehmen auf deinem Handy, auf einem Spaziergang oder im Auto hören, auf eine lange Autofahrt, du findest hier rechts im Bereich Downloads die Audiodatei, die herunterladbar ist. Aber nicht nur das, du findest die jeweilige Präsentation als PDF von diesem Training, so dass du ein bisschen schriftlich nachgucken kannst, was wurde dort gesagt. Und du kriegst außerdem andere Arbeitsblätter, Vorlagen und Beispiele anderer Experten. Die sind alle hier in diesem kleinen Download-Bereich zupassend zu der entsprechenden Lektion. So, hier hast du es vielleicht entdeckt. Es gibt einen kleinen Knopf, da kann man auf Erledigt klicken. Wenn du das auf Erledigt stellst, dann ist es als Erledigt markiert und du wirst auf der Seite vorher sehen, mit diesem grünen Pfeil, dass du das bereits absolviert hast. Das ist für manche Menschen, die wirklich tracken möchten, was habe ich gemacht und was habe ich nicht gemacht, ein super kleines Tool, wo du das machen kannst. Wir gehen hier auf Lektion 2, gestaltet dein Hot-Angebot und hier genau das gleiche in grün. Das Videotraining, die Masterklasse mit mir, die Audiodatei zum Herunterladen auch unter Downloads oder direkt hier Anhören auf dem Play klicken und die Präsentation deiner Arbeitsblätter und so weiter. So, hier kannst du natürlich zurückgehen auf Lektion 1 oder verspringen auf Lektion 2. Und so machst du das. Also stellen wir vor, du würdest mit Pakete und Preise beginnen am 1. Juni, dann würdest du in der 1. Juni-Woche die 1. Lektion, die 2. Juni-Woche die 2. Lektion und so weiter und so fort. So, ich gehe zurück und schaue mal, ob es noch was hier Wichtiges zum Erklären gibt. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt zu dem. Also, Pakete und Preise und die danach kommenden Module sind genauso aufgebaut, wie ich gerade erklärt habe. Wenn du allerdings auf Zielgruppenpositionierung gehst, willst du eine andere Struktur vorfinden und zwar aber auch nur leicht anders. Nämlich, es gibt nicht 4 Lektionen bei Zielgruppenpositionierung, sondern es gibt nur 3 kraftvolle Lektionen. Der Grund ist, dass du bei Zielgruppenpositionierung die höchste Menge an Selbstreflexionsübungen hast. Du wirst am meisten aufgefordert, mit anderen zu sprechen, also mit bisherigen Kunden, mit potenziellen Kunden, mit Interessenten auf dem Markt und andere. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du es nicht schaffen würdest, jede Woche, viermal in dem Monat, da was zu machen, sondern ich lasse dir eine Lücke frei, sodass du zum Beispiel Kundeninterviews durchführen kannst und deine Ergebnisse zusammenführen kannst. Das ist vielleicht wichtig an der Stelle. Und was du auch bei Lektion 1 sehen wirst, ist, dass die Arbeitsblätter in einem separaten Bereich zur Verfügung gestellt haben als zum Beispiel hier die Beispiele anderer Experten. Das ist ein bisschen anders. Dennoch würde ich hier schauen, trotzdem bei jedem Masterclass oder Training siehst du rechts die dazugehörigen Downloads, Checklisten und so weiter. Alles, was du benötigst. Es müsste ziemlich intuitiv sein, aber schau das, wie das für dich passt. Hier liegt mir am Herzen bei Zielgruppenpositionierung eine wichtige Information zu geben. Nämlich, dieses Modul mit diesen drei Lektionen und alles, was dazu gehört, sind für diejenigen Menschen entwickelt worden, die vor allem das Ziel haben, eine Zielgruppe mit einer Expertise anzusprechen. Das macht aber nichts. Wenn du jemand bist, der sagt, ich bin Live-Coach und ich möchte mehrere Leute gleichzeitig ansprechen mit unterschiedlichsten Problemen, die Videos und die Arbeitsblätter werden dir trotzdem dabei helfen, mehr Klarheit für dich zu gewinnen. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du Targeted Marketing machen möchtest, nämlich, wenn du verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Expertisen anbieten möchtest, dann nimmst du die eine Zielgruppe mit der einen Expertise und machst das durch. Dann nimmst du die zweite Zielgruppe und die zweite Expertise und dann machst du das Gleiche nochmal durch für diese Zielgruppenpositionierung. Okay? Also, übertrage das einfach auf das, was für dich wichtig und stimmig ist. So, was wollte ich noch sagen? Genau, ah, ich weiß es noch. Schauen wir in einen anderen Bereich, zum Beispiel hier, das Geheimnis der Smart Website. Schauen wir uns das genau an. Also, was du hier sehen wirst, zum Beispiel unter deiner Schmetterling-Strategie, ist, dass wenn du unterhalb von diesem Video schaust, es gibt einen Kommentarbereich. Dieser Kommentarbereich kannst du auf verschiedene Weisen nutzen. Vielleicht hörst du ein Video und du bist begeistert und du möchtest mir einfach mitteilen, wie es dir geholfen hat oder welche Erkenntnisse die du gehabt hast. Und ich sage dir, ich freue mich über jede positive Meldung. Es kann aber auch wiederum sein, dass du sagst, oh, mir hätte geholfen auch noch das und das. Also, es muss nicht immer nur Positives sein. Du kannst mir einfach deine Gedanken mitteilen, mit mir in Kontakt sein auf diesem Weg, in dem du hier schreibst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich möchte mir das selbst merken, was ich damals gesehen habe und du markierst es hier oder notierst es hier für dich selber. So, ich werde nicht immer auf diese Kommentare beantworten, aber du kannst dir sicher sein, dass ich die immer lese. Das heißt, es kommt immer bei mir an. Das geht direkt in meine persönliche Postfach. Okay? Ein anderer Bereich, den ich dir zeigen wollte, ist die Facebook-Gruppe. Und ich gehe mal rüber und hoffe, dass du das gleichermaßen gut sehen kannst. Nämlich hier wirst du sehen, wenn du das Bedürfnis hast, nicht nur dich mitzuteilen und deine Gedanken mit mir zu teilen und du möchtest tatsächlich Unterstützung bekommen von anderen, die entweder schon den Kurs gemacht haben oder ein Modul absolviert haben oder andere, die dabei sind, das Komplettsystem durchzuarbeiten, kommst du hier auf Facebook, wir haben eine Gruppe, es heißt www.facebook.com forward slash groups forward slash the point online. Du müsstest bereits eine E-Mail erhalten haben dazu und hoffentlich bist du schon drin als Mitglied. Wenn nicht, melde dich als Mitglied hier an und hier kannst du hinkommen, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich habe mein Wunschkundenprofil fertig, ich möchte es mit den anderen teilen und fragen, ob jemand Feedback mir geben möchte. Das kannst du hier tun auf The Point. Bitte tag mich, das heißt, erwähne mich in deinem Kommentar, sodass ich oder mein Team von dir mitbekommen, dass du dort aktiv bist und dass wir immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht werden. Der Grund dafür ist es vielleicht, manchmal ist die Gruppe aktiver als andere Male, also weil Leute bei Selbstleihenprogrammen sind an unterschiedlichsten Stufen, die haben vielleicht das Programm oder das Modul, woran du bist, bereits längst wieder fertiggestellt und wir wollen nicht, dass du einfach im leeren Raum läufst, falls das so ist in der Gruppe gerade. Okay? Das heißt, tag mich oder auch Nicole Beiler kannst du auch taggen und dass wir darauf aufmerksam gemacht werden. So, ich komme nochmal zurück und hoffe, dass das hier noch alles aufzeichnet. So, gehen wir zurück zur Bibliothek. So, diese Module sind wirklich aufeinander gebauend. Das heißt, sie sind so konzipiert, dass die wie Sahnräder ineinander greifen. Also, bei deinem Paket und Kreise beziehe ich mich zurück auf die Google-Positionierung. Beim perfekten Kennenlern-Gespräch beziehe ich mich vorwärts auf das Geheimnis der Smart Website. Also, sie greifen wirklich ineinander über. Wenn du jedoch Lust und Laune hast, du sagst, ich bin ein Rebell, ich habe schon meine Positionierung, ich brauche jetzt das Geheimnis der Smart Website und die Keep-In-Touch-Strategie, natürlich kannst du das kurz und quer und willkürlich, wie du das machen möchtest, absolvieren. Das spricht natürlich nichts dagegen. Es ist nur ein Vorschlag von mir, diese Vorgehensweise. So, ich schaue mal hier, was ich noch dazu sagen wollte. Ja, ich glaube, ich habe das meiste gesagt, aber vielleicht ein Hinweis von mir. Ich stehe solchen Systemen gegenüber mit einer bestimmten Haltung da. Alles, was du hier siehst und vermittelt bekommst, ist das, was ich über die letzten 20 Jahre als Marketing-Expertin und später in meiner eigenen Selbstständigkeit erfahren habe. Das heißt, ich habe es nicht nur theoretisch irgendwo gelesen, sondern ich habe es ausprobiert, ich habe es angewendet bei mir selbst. Ich habe die Dinge nur weiter vermittelt, die für mich funktionieren und die üblicherweise für meine Kunden funktionieren. Trotzdem, ich bin kein Guru, ich bin nicht der Oberkörner, ich habe nicht alle Antworten oder die Lösung für all deine Probleme. Ich bin auch nur ein sterblicher, normaler Mensch wie du und in mir steckt genauso viel Weisheit wie in dir steckt. Das heißt, prüf bitte alles, was ich sage, alles, was ich vorschlage, alle Ideen, die ich habe, alle Werte, die ich vermittle, auf deine eigene innere Weisheit, auf deine eigene innere Haltung, auf deine eigenen innere Werte und setz nur die Dinge um und probiere nur die Dinge aus, die sich für dich richtig und stimmig anfühlen. Drück dich nicht in eine Richtung, die nicht für dich passt. Vielmehr geht es nicht um eine Rezeptur, die du folgen musst, sondern es geht darum, dass ich dir das Leben erleichtern möchte, indem ich dir meine Prozesse gebe, meine Vorlagen gebe, du kannst die nützen als Erleichterung, du kannst die nützen als Raketen durchstarten in deinem Business, kein Problem, also nimm das als Sprungbrett für dich, lass dich inspirieren, aber es muss nicht heißen, dass das Ding hier dein Business rettet, dein Leben rettet, nein, ich glaube, es wird für dich extrem wertvoll sein, ich glaube, du wirst inspiriert sein, ich glaube, du wirst vorankommen, aber erinnere dich immer wieder zurück, ein Geschäft aufzubauen, das du liebst und von dem du gut leben kannst, ist ein Prozess, es dauert, es braucht ganz viel Herz und Liebe und auch einiges an Unternehmen, das ist klar, aber die meisten brauchen drei bis vier Jahre, bis sie wirklich an dem Punkt in ihrem Business kommen, wo sie wirklich gut davon leben können und wissen, wie sie kontinuierlich neue Kunden reinbringen und ich weiß natürlich nicht, weil wir uns nicht persönlich kennen, wo du stehst gerade in deinem Business, vielleicht hast du länger eine Selbstständigkeit und jetzt positionierst du dich neu auf dem Markt und wenn das so ist bei dir, dann weißt du, dass das nicht über Nacht meistens funktioniert. Das Wichtigste ist, bleib dran, bleib stetig an die Aufgabe, weil du lernst Sachen hier in diesem Komplettsystem, die dir für die nächsten Jahre wirklich immer wieder dienen werden, weil ich mein absolut Bestes getan habe, eine High-Level Strategie auf alles oder einen High-Level Blick zu bringen, sodass ihr die Grundprinzipien von Marketing versteht und wenn ihr das einmal kapiert habt, dann ist Marketing kein Buch mit sieben Siedeln mehr, sondern ein absolut durchschaubares Ding, was du in deinem Business umsetzen kannst. Vielleicht ein letzter weiteres Kommentar, nämlich ich habe eine Frage gekriegt diese Woche und die Frage ging in die Richtung Schalia, hey, ich habe nicht ein Online-Geschäft, ist dieses Programm auch für mich? Was du hier hoffentlich auch sehen wirst, ist, dass ich natürlich, weil ich ein digitaler Mensch bin, mein Herz schlägt digital, ich bin, seitdem ich begonnen habe zu arbeiten, im Online-Marketing tätig, ich habe ein Online-Geschäft, das ist alles klar. Und natürlich sind in jedem dieser Module Ideen, die mit Online-Marketing und Online-Business zu tun haben. Nichtsdestotrotz bin ich jemand, der auch stark an das Offline-Leben und das Offline-Medium oder wie man Offline-Medien glaubt. Hier sind etliche Vorschläge für Offline-Marketing- Maßnahmen und Aktivitäten, für ein Offline-Geschäft. Also nur, hier ist das Ding, es wird an dir liegen, die Konzepte, die hier drin sind, die überwiegend für Coaches, Trainer, Berater und herzgetriebene Dienstleister aufgelegt sind, zu übertragen auf deinen jeweiligen Bereich. Vielleicht sind nicht unbedingt immer die Beispiele dabei, die auf dich zu treffen. Ich könnte es auch gar nicht schaffen, alle möglichen Geschäftsarten zu erwähnen und abzudecken in diesem Programm. Aber tu mir den Gefallen und mach die Übertragungsleistung in deine Analyse, bezieh das auf dein Geschäft und ich bin mir sicher, du wirst für dich das so anpassen und das Grundkonzept dahinter verstehen, sodass du das maßgeschneidert für dich in deinem Business einsetzen kannst. Und für den Fall, dass es dir nicht gelingen sollte, dann schreib einen Kommentarbereich oder tag mich in der Facebook-Gruppe und ich schaue mir das dann individuell an, je nachdem, was du gerade für ein Thema hast. Okay, gut, ich wünsche dir so viel Erfolg, so viel Freude bei dieser Reise in diesem wunderbaren Selbstlernprogramm. Ich denke an dich, meine ganze Liebe, meine ganze Kraft ist bei dir. Ich wünsche dir nur das Beste und hoffe sehr, dass du einen riesigen Nutzen aus diesem Programm siehst. Vielen Dank für die Buchung und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Viel Erfolg. Tschüss. 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 Tschüss.